Herzlich willkommen zu Storyhunter, dem Carlsen-Podcast mit Lea Kaib. Ich bin Lea und blogge online über Bücher, wie zum Beispiel die von J.K. Rowling oder Rick Riordan, deren Bücher ja auch bei Carlsen erschienen sind. Wenn du Bücher so liebst wie ich, dann bist du hier genau richtig bei Storyhunter. In der neuen Folge geht es auch sehr Potter-lastig zu, das hast du ja wahrscheinlich schon am Titel erkannt. Ich habe nämlich eine Menge Infos für dich rund um die Neuerscheinung aus der magischen Welt und ich führe ein Interview mit der Potter-Redakteurin von Carlsen. Aber natürlich gibt es noch viel mehr Bücher in diesem Monat, buchige News und einen Ausblick auf die kommenden Titel. Wenn du also ganz nah dran an der Buchszene sein willst, dann heiße ich dich herzlich willkommen bei Storyhunter. Dem Carlsen-Podcast. Dieser Monat steht ganz im Zeichen des Auserwählten. Harry Potter. Ich freue mich total, dass ich in dieser Folge vor allem über Hogwarts reden kann. Denn das ist für mich einfach wie nach Hause kommen. Geht es dir eigentlich genauso? Du hast im Buchhandel bestimmt schon mal die tollen Schmuckausgaben von Harry Potter entdeckt. Die hat alle Jim Kaye illustriert. Und im Endeffekt ist das die Geschichte aus den Harry Potter Büchern im Großformat neu aufgelegt, mit vielen tollen Bildern. Die nächste Schmuckausgabe, die dann zu Harry Potter und der Feuerkelch ist, erscheint am 8. Oktober. Endlich hat das Warten ein Ende. Ich bin schon super gespannt auf die ganzen neuen Illustrationen. Wie zum Beispiel auf das Trimagische Turnier und wie Jim Kaye das inszeniert hat. Auf die Bilder zum Weihnachtsball freue ich mich auch ganz besonders. Das wird bestimmt wieder richtig, richtig toll. Mir geht jetzt schon das Herz auf. Akio-Schmuckausgabe Das war in diesem Monat aber noch nicht alles von Harry. Ich finde es so toll, dass nach dem letzten und siebten Band immer noch neue Bücher kommen. Oder zumindest eben neue Specials. Wie dieses hier. Denn die neuen Ausgaben gibt es jetzt auch im Schuber. Die neuen Cover wurden ja extra zum 20. Jubiläum von Harry Potter kreiert. Wenn du den Schuber mit allen sieben Büchern kaufst, bekommst du auch noch drei magische Aufsteller von Harry, Hermine und Ron mit dazu. Aber jetzt kommt der Clou der ganzen Sache. Was ist, wenn du die Bücher schon hast, aber den Schuber dazu haben möchtest? Auch das geht, denn du kannst den Schuber nämlich jetzt nur mit dem siebten Band kaufen. Allerdings sind da die Aufsteller nicht dabei. Ich finde, das ist eine mega Idee, damit man nicht alle Bücher nochmal kaufen muss, wenn man nur den Schuber haben möchte. Neben Harry Potter gibt es aber noch andere großartige Bücher, die im Oktober erscheinen. Wie zum Beispiel der dritte Band von Die Schatten von Valoria, geschrieben von Mary Rutoski. Der heißt Spiel der Liebe und das ist auch gleich das große Finale der Trilogie. Spiel der Macht war Band 1. Darin geht es um die 17-jährige Kestrel, die als Tochter des mächtigsten Generalen nur zwei Möglichkeiten für ihre Zukunft hat. Heiraten oder der Armee beitreten. Aber beides will sie einfach nicht. Welche Zukunft auf sie wartet, kannst du in der Buchreihe dann nachlesen. Die Schatten von Valoria ist eine tolle Mischung aus Liebesroman und Fantasy und es geht auch noch sehr spannend zu. Das ist aber nicht die einzige Fortsetzung. Auch bei Valenias Töchter der Buchreihe von Rebecca Ross geht es weiter. Der Thron des Nordens ist der zweite Band, in dem die Geschichte von Brianna fortgesetzt wird. Es geht um Intrigen, um Machtspiele und natürlich um die Liebe. Brianna hat eine ganz besondere Gabe und damit soll sie den König stürzen. Dadurch müsste sie aber alles verraten, was ihr lieb und teuer ist. Ob sie sich darauf einlässt, erfährst du im ersten Band die fünf Gaben. Im zweiten Band geht es vor allem darum, dass Brianna herausfinden muss, wer wirklich auf ihrer Seite steht. Puh, das war jetzt ganz schön viel Liebe und Fantasy, aber natürlich habe ich auch etwas für dich, wenn du es lieber richtig spannend magst. Wobei, Fantasy gibt es darin auch. Abgründige Geheimnisse ist ein neuer Thriller von Chicken House und darin geht es vor allem um die Umwelt. Geschrieben ist der Roman von Lindsay Galvin. Esther ist im Jugendcamp bei ihrer Tante und dann wacht sie ganz plötzlich auf einer einsamen Insel auf. Ihre Schwester ist weg und Esther weiß überhaupt nicht, was sie jetzt machen soll, so ganz allein. Nur wenn sie ins Meer geht, kann sie zu den benachbarten Inseln kommen. Aber im Wasser entdeckt sie etwas Sonderbares. Was das ist, würde ich jetzt auch nur zu gerne schon wissen. Da muss ich wohl noch auf das Buch warten. Menno. Kennst du schon die Pan-Reihe von Sandra Regnier? Dazu gibt es jetzt ein Spin-Off im Taschenbuch-Format, das heißt Das gestohlene Herz der Anderwelt. Das Herz der Anderwelt muss an seinen Platz zurückgebracht werden. Und dafür soll ausgerechnet Alison sorgen. Die erfährt von der Existenz der Elfen und kann als einzige die Regenbogenforte schließen, um das Reich zu retten. Natürlich spielt auch die Liebe eine wichtige Rolle und Alison muss erstmal herausfinden, wem sie ihr Herz eigentlich schenken will. Harry Potter lässt uns heute einfach nicht los. Ich habe mit der Redakteurin Julia Reuter über die neuen Potter-Schmuckstücke geredet. Und aus ihr auch einige Infos über die Zukunft von Harry und Kobay Carlson herausgequetscht. Hallo Julia, schön, dass ihr uns mal wieder hören hier bei Story Hunter. Hallo. Ja, cool, dass du wieder da bist. Wir wollen heute über die Neuerscheinungen zu Harry Potter reden. Ich meine, es gibt ja jetzt auch so super viel Neues auf den Markt. Den krassen Schuber mit allen sieben Wänden und dann auch noch die Schmuckausgabe, illustriert von Jim Kay. Aber lass uns mal bei dir anfangen. Kannst du mal erzählen, was du so für Carlson machst und was du mit Harry Potter zu tun hast? Ja, klar. Also ich bin Lektorin bei Carlson, betreue hier alle Bücher von J.K. Rowling. Also ich bin seit 2012 im Verlag und 2013 fing das Ganze so ein bisschen an mit einem Taschenbuchschuber. Da hat meine Chefin gemerkt, oh, da hat sie einen Nerd am Wickel und ich durfte für sie Zaubersprüche raussuchen und Zitate von Albus Dumbledore. Das war ganz cool. So fing das Ganze an und als wir dann 2015 die erste Schmuckausgabe rausgebracht haben, seitdem bin ich quasi die zuständige für Harry Potter. Total cool. Das heißt, ich arbeite mit den Rechtegebern zusammen, mit der Agentur von J.K. Rowling, mit den Originalverlagen, also meistens Bloomsbury in England und mit den Übersetzern, Illustratoren, das ist so meine Aufgabe. Ich bin einfach im Haus die Ansprechpartnerin, wenn es irgendwas zu klären gibt oder wenn es knifflige Fragen in der Leserpost landen, dann kriege ich auch gerne mal eine Mail. Leserpost, das finde ich total interessant. Kannst du da mal irgendwie eine Anekdote erzählen? Also dieses Jahr kamen echt einige interessante Fragen bei der Leserpost an. Eine Anfrage war zum Beispiel, auf dem Cover von Band 3 sind im Hintergrund so drei vermummte Gestalten. Wer soll das überhaupt sein? Und ich so, keine Ahnung. Also ich habe dann spekuliert, sind es Dementoren, sind es vielleicht irgendwie die Rumtreiber, aber dann auch nicht alle davon. Und es endete dann mit, dass wir tatsächlich die Illustratoren fragen mussten. Und sie sagte dann, ja, es sollen Dementoren sein. Aber das war echt eine harte Nuss zu knacken. Wie witzig. Du hast ja auch zum Beispiel das Drehbuch zu Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen lektoriert. Inwiefern war die Arbeit an den neuen Harry-Potter-Titeln denn jetzt anders für dich? Also bei den Drehbüchern ist immer das große Thema, wann kriegen wir den Text? Also das ist ja alles super Geheimhaltung. Das ist ein sehr enger Terminplan, weil wir ja auch immer die Ersten am Markt sein wollen, die die Übersetzung rausbringen. Aber da geht es halt immer darauf, wann kriegen wir den Text und wie schnell können wir das Buch rausbringen. Und dieses Jahr gab es ja den Hardcover-Schuber. Da habe ich mit dem Illustrator zusammengearbeitet. Wir haben eine Gestaltung ausgearbeitet zusammen. Dann hatten wir die Idee, noch ein besonderes Extra dem Schuber hinzuzufügen. Da haben wir uns für eine Schmuckschachtel entschieden, in der drei kleine Figuren drin sind von Harry, Ron und Hermine, die man sich ins Bücherregal stellen kann. Und die kleine Schmuckschachtel kann man dann auch für andere Sachen verwenden. Also zum Beispiel Fotos oder Erinnerungen zum Thema Potter aufbewahren. Und dann gab es einfach ganz viele organisatorische Fragen. Also zum Beispiel, wie verschicken wir den Schuber? Der wiegt sechseinhalb Kilo. Ja, ein ganz schönes Ding. Genau, ein ganz schöner Oschi. Und uns ist klar, der kostet 129 Euro. Dann muss der auch wirklich absolut fehlerfrei beim Leser ankommen. Und wie schaffen wir das quasi, dass der Schuber halt gut versendet wird? Genau, es sind einfach viele Fragen mit der Herstellung und mit dem Vertrieb, die wir klären müssen. Und es war einfach viel Organisation. Das glaube ich. Ja, bei der vierten Schmuckausgabe, da müssen wir immer auf die Illustrationen warten. Die werden ja bei Bloomsbury erstellt. Also die schicken uns dann irgendwann die Daten. Und wir sind natürlich total gespannt, wie sieht das aus? Also in dem Band gibt es ja wieder ganz viele neue Figuren, die man entdecken kann. Die Rita Kimkorn, da habe ich mich total gefreut darauf, die zu sehen. Wie die Todesser aussehen, wie die ganzen Drachen aussehen. Und ich finde es auch ganz toll, was wir zum ersten Mal die knallrümpfigen Kröter zum Gesicht kriegen. Die kommen ja im Film nicht vor, aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Jetzt in der Schmuckausgabe werden wir sie endlich mal sehen. Und ich finde, sie sind auch toll geworden. Stimmt. Richtig cool. Ja, das ist so ein bisschen gemein, dass du quasi schon die ganzen Geheimnisse kennst und wir noch ein bisschen warten müssen. Bei den Schmuckausgaben ist immer so ein bisschen die Zitterpartie, passt der Text ins Buch rein? Also da ist ja genau vorgegeben, wo welches Bild erscheint. Und der englische Text ist kürzer als der deutsche. Also wir müssen immer gucken, dass der halt auch genau ins Buch reinpasst. Und bisher hat es immer geklappt. Diesmal hatten wir es ja zum ersten Mal den Fall, dass ein Kapitel zu lang wurde. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen kürzen. Und das war ganz schwierig, weil für mich ist Harry Potter natürlich heilig und ich will da nicht kürzen. Aber ich habe mich dann bemüht, so wenig wie möglich zu machen, halt nur mal ein oder zwei Wörter zu kürzen. Und das habe ich dann auch alles mit dem Klaus Fritz abgesprochen. Der hat mir seinen Segen gegeben und dann war es gut. Aber das war wirklich das erste Mal. Bisher hat es immer alles magisch gepasst. Aber diesmal war das eine kleine Hürde, die wir noch nehmen mussten. Ja, total interessant auch, dass du als Lektorin, obwohl du ja eigentlich ein fertiges Buch bekommst, trotzdem noch so viel Arbeit hast. Ich finde das total toll, wenn du dann darüber erzählst. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er da alle mitfiebert. Ja, ja. Und es ist auch lustig für den Klaus Fritz. Also der hat die Bücher vor 20 Jahren übersetzt. Und der hat immer noch jetzt damit zu tun. Ich komme immer noch mit Fragen an. Darf ich hier mal? Und es gibt ja auch in jeder Schmuckausgabe eine neue Doppelseite, wo ein magisches Wesen beschrieben wird. Und da gibt es neue Texte für. Die übersetzt er dann auch immer für uns. Harry Potter lässt ihn nicht in Ruhe. Wir klopfen immer wieder an und es gibt immer wieder Sachen zu besprechen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Harry Potter lässt uns ja auch nicht in Ruhe. Kannst du uns vielleicht auch schon so ein bisschen über die Potter-lastige Zukunft bei Carlson verraten? Also werden wir vielleicht ein fünften Band von Jim Kaye kriegen? Oder was steht demnächst so an? Ja, also ich habe gelesen, Jim Kaye ist seit Juli an der Arbeit beim fünften Band. Aber wir wissen noch nicht genau, wann das Buch erscheint. Also es ist klar, es erscheint bei uns. Aber es sind ja immerhin fast tausend Seiten, die er da illustrieren muss. Das heißt, es dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ich mag den fünften Band auch total gerne. Und 2020 gibt es jetzt erstmal die Taschenbuchausgabe von Harry Potter und das verwunschene Kind. Da fängt ja im März das Theaterstück an in Hamburg. Und da freuen wir uns auch schon ganz doll drauf. Beim letzten Mal habe ich dich ja nach deiner liebsten Figur aus dem Fandom gefragt. Und jetzt würde ich aber gerne mal wissen, in welchem Hogwarts-Haus bist du denn eigentlich, Julia? Ich bin ein Ravenclaw. Ja, das passt sehr gut. Ich habe mich damals bei der Beta-Version von Pottermore angemeldet und da hatte ich so eine kleine Identitätskrise, weil ich wurde in Hufflepuff einsortiert. Ich habe mich dann damit angefreundet, weil Hufflepuff ist ja auch ein cooles Haus. Aber ich wusste eigentlich die ganze Zeit, ich bin ein Ravenclaw. Ja, absolut. Dann wurde ja irgendwann Pottermore nochmal quasi neu aufgezogen und dann wurde ich auch offiziell in Ravenclaw einsortiert und jetzt fühle ich mich da auch wirklich sehr wohl. Das freut mich. Ja, danke Julia für das tolle Gespräch. Ja, gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann bald. Alles da, bis dann. Tschüss. Wo ich heute so viel über die Schmuckausgaben von Harry Potter gesprochen habe, gibt es auch News zu Jim Kay. Der kommt nämlich nach Deutschland. In Oldenburg gibt es eine Ausstellung, die nennt sich Harry Potter und der Feuerkelch. Magische Illustrationskunst von Jim Kay. Am 9.11. ist der Künstler sogar bei einem Meet & Greet vor Ort. Bald ist ja wieder die Frankfurter Buchmesse und auch Carlson hat ein tolles Event, von dem ich dir noch mehr erzählen will. Bookstagram. Sagt dir das was? Das sind buchbezogene Posts auf Instagram. In How to Bookstagram erfährst du am 19. Oktober ab 16 Uhr auf der Author Stage alles darüber, wie du durchstarten kannst. Mit dabei sind Mitarbeiterinnen von Carlson und Bookstagrammer wie Bunte Schwarz-Weiß-Welt, Same Nature, Naomi's Crazy World und Witchery Books. Falls du also schon immer überlegt hast, auf Instagram über Bücher zu posten, erfährst du hier alle Basics. Über die Schule der magischen Tiere habe ich dir ja schon viel hier im Podcast berichtet. Die Buchreihe von Margit Auer wird jetzt verfilmt. Im September wurden bereits die ersten Szenen gedreht und Ende 2020 kannst du dich dann auf den fertigen Film freuen. Ich bin schon super gespannt auf die tollen Tiere. Eine letzte Buchnews habe ich noch für dich. Diese Tage ist übrigens eine neue Plattform namens Leseliebe online gegangen, auf der es um die schönsten Kinderbücher geht. Schau unbedingt mal rein. Okay, im nächsten Podcast werde ich wohlmöglich vor Freude ein wenig durchdrehen. Warum, erfährst du jetzt in dem Ausblick auf die nächsten Bücher bei Carlson. Richtig, es erscheint eine neue Schmuckausgabe. Aber nicht von Harry Potter, sondern von Percy Jackson. Der erste Band kommt jetzt hübsch illustriert daher. Aber wenn du mehr wissen willst, musst du dich leider bis zur kommenden Folge gedulden. Außerdem erscheint bald ein Buch, auf das ich mich schon lange freue. Die Rede ist von Knochendiebin von Margaret Owen. Dazu gab es bei Carlson ja zum Beispiel auch mal ein Coverentscheid. Und die Spannung auf den Titel ist fast unerträglich. Das wird episch. Es bleibt Fantasy-lastig mit Frostsplitter von Jamie Smith. Das Buch führt uns in eisige Schneelandschaften und handelt von Sabira, die einen magischen Frostsplitter aus einem Gletscher herausbricht und den Weg zurück nach Hause finden muss. Das wird spannend und magisch. Es wird aber auch in der nächsten Folge zwei tolle realistische Romane geben. Zum einen Immer wieder für immer von Justin A. Reynolds und Elektrische Fische von Susan Kreller. Ich sehe schon, meine Leseliste wächst und wächst. Wenn du die Bücher interessant fandest, die ich dir heute vorgestellt habe, dann schau mal auf meinem YouTube-Kanal Liberiarium vorbei. Da verlose ich jeden Monat Carlson-Bücher. Und wenn du keinen Podcast mehr verpassen willst, dann abonniere doch den Carlson-WhatsApp-Feed. So entgeht dir nichts mehr. Das war es heute auch schon. Ich werde mich jetzt mit einem guten Buch zurücklehnen und vermutlich träume ich von Hogwarts so viel, wie ich heute über Harry Potter gesprochen habe. Verrate mir doch gerne in den Kommentaren mal, in welchem Hogwarts-Haus du eigentlich bist. Julia hat ja heute erzählt, dass sie in Ravenclaw ist. Ich bin eine Slytherin. Kriegen wir alle Häuser zusammen? Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag, einen ganz tollen Abend, egal wo du bist. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode bei Storyhunter, dem Carlson-Podcast. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020